Hallo Leute, heute haben wir ein sehr windiger Tag und zwar sind wir heute an einem besonderen Displays und zwar alte verlassene Windräder. Und schaut selber! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, wenn euch das kleine Video von dem alten Windrad oder verlassenen oder abgesterzt, ist es ja nicht, gefallen hat, dann wie gesagt, wie immer, Like da oder Daumen hoch, ist ja dasselbe. Und wir sehen uns wieder auf meinem Kanal, euer Inside Explorer. Ciao, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020